Könnte ich mit Herrn Eberhardt gerne sprechen? Ja, der ist am Telefon. Wie kann ich denn helfen? Schön, dass ich direkt erreiche. Und zweitens darum sind wir bei uns im Haus an einer Umfrage teilgenommen. An was bitte? An einer Umfrage? Sie wollten eine Top-Prämie bei uns gewinnen. Das kann möglich sein. Ich kann mich nicht so gut an Sachen erinnern. Okay, gut. Wohnen Sie in der Schulstraße 42, 25813 in Husum? Ja, ja länger schon. Okay, Ihr Geburtsdatum ist der 20. April 1945. Ist das richtig? Ja, wieso fragen Sie das? Gut, dann haben Sie eigentlich schon alles ausgefüllt. Ich frage, weil Sie bei uns an der Umfrage teilgenommen haben. Und ich muss sicher gehen, dass Sie das wirklich sind. Ja, können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ja, ich rede jetzt langsamer. Ja, danke schön. Also Herr Gärtner, ich bräuchte jetzt noch die Kundennummer. und Ihre Zählernummer von Ihrem derzeitigen Energieversorger. Dann könnte ich Ihnen eine Top-Prämie zusichern. Und was hat das jetzt mit dem Gewinnspiel zu tun? Das ist kein Gewinnspiel. Das ist eher, also Sie wechseln und wir sichern Ihnen eine Top-Prämie zu. Ja, also das ging ja da im Prinzip, wenn ich mich richtig erinnere, sollte ich ja im Prinzip Produkttester von Milka werden. Wie bitte das? Ja, da stand im Internet, man soll da Tester von Milka werden. Nee, nee, es geht hier bei uns darum, dass Sie wechseln und dann eine Top-Prämie, also ein iPad oder ein iPhone oder ein Fernseher dazuholen können. Für eine einmalige Zuzahlung. Einen Fernseher kann man da auch gewinnen? Das ist kein Gewinn, Sie würden einmalig was dazuzahlen. Für den Fernseher würden Sie 29 Euro zahlen, einmalig nur. Das ist ja sehr günstig. Wo ist da denn der Haken? Ist das Heelerware? Wir müssen erst mal zu Yellow wechseln, also Ihren Stromanbieter wechseln. Also zu Ihnen im Prinzip. Genau. Ja, und was soll das da kosten bei Ihnen? Wie bitte? Was soll das denn kosten bei Ihnen? Das muss ja besser für mich sein. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, wie viel Sie bei sich momentan zahlen. Das müssen Sie mir jetzt sagen. Ja, ich meine so 65 Euro. Mit wie vielen Leuten wohnen Sie im Haushalt? Wie bitte? Mit wie vielen Leuten wohnen Sie denn im Haushalt? Also wir haben ja sieben Mietparteien im Haus, aber die haben ja mit meinem Strom nichts zu tun. Okay, also wohnen Sie alleine. Ja, die hat die Katze noch, aber die zählt da ja nicht. Eben. Genau. Da gucke ich einmal. Wie heißt denn Ihr derzeitiger Stromanbieter? Wie bitte? Wie heißt denn Ihr derzeitiger Stromanbieter? Ja, das wechselt öfter mal. Als ich das letzte Mal da war, da habe ich nach den Herrn Frommeyer gefragt und jetzt ist das der Herr Stromer. Okay. Also der Sachbearbeiter im Prinzip. Okay. Ja. Einen Moment, ich rechne das mal für Sie aus. Ja, wollten Sie die Telefonnummer von Herrn Stroman haben? Nee, alles gut. Ach so, habe ich das falsch verstanden. Sie würden bei uns 59,62 Euro zahlen. Also für den gleichen Strom. Wie bitte? Für das, also ja für die gleiche Menge im Prinzip. Wie viel bekommen Sie denn bei Ihrem anderen Stromanbieter? Ja, also bisher ist das noch nie ausgegangen. Also es hat immer ausgereicht. Ja klar, bei uns würde das auch ausreichen. Das ist wunderbar. Ohne Strom ist ja nicht so gut im Prinzip. Gut. Ähm, haben Sie denn die Kundennummer oder die Zählernummer da, beziehungsweise beides? Da, nochmal bitte. Haben Sie denn die Kundennummer und Zählernummer bei sich? Konto, Kontonummer? Kundennummer? Kundennummer. Kundennummer von Ihrem derzeitigen Energieversorger. Von Stadtwerken? Genau. Da müsste ich nachgucken. Das kann ich, das braucht man ja so selten. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Klar. Ja. Deswegen gucken Sie mal, ich habe Zeit. Lassen Sie sich Zeit, suchen Sie mal. Das ist ja schon später. Nicht, dass ich Sie ja im Prinzip da aufhalte von wichtigen Sachen. Nee, nee. Ich habe Zeit, alles gut. Ich werde nach Stunden bezahlt. Was bitte? Ich werde nach Stunden bezahlt. Das ist alles gut. Ich warte. Wie meinen Sie das jetzt? Alles gut. Suchen Sie einfach die Kundennummer und die Zählernummer. Ja, ich... Suchen Sie am besten eine Jahresabrechnung, wenn Sie sie da haben. Eine Jahresabrechnung? Sie meinen, dass da, wo da immer steht, was man nachzahlen muss? Genau. Da steht auch die Kundennummer und die Zählernummer. Ja, das letzte Jahr habe ich 130 Euro nachzahlen müssen. Da ist ja der Winter so streng gewesen. Ja, genau. Kann ich mir vorstellen. Und ich möchte ja nicht, dass die Katze friert. Nicht wahr? Ja. Das süße Hühnchen. Ja, und während ich suche, können Sie mir ja von Ihrem tollen Fernseher berichten. Ich muss ja wissen, ob das bei mir dahin passt. Okay, gut. Weiß nicht Bescheid. Ich gucke mir das mal an. Ja. Ähm, der Fernseher. Ja. Ein Philips Full HD TV. Ein was, bitte? Philips Full HD TV. Was heißt das, bitte? Also, Sie haben Top-Ausstattung, also die Bildschirm, ähm... Also Pixel, die Megapixel. Und die Auflösung vom Fernseher. Nee, die Auflösung vom Fernseher. Die ist richtig gut. Ja, das... Vielleicht hilft das, weil ich kann auch nicht mehr so gut gucken. Vielleicht erkenne ich die Sachen dann besser. Genau. Bildschirmgröße ist 108 Zentimeter. 108 Zentimeter? Da ist meine ja eine Briefmarke dagegen. Wie bitte? Da ist mein Bildschirm ja eine Briefmarke dagegen, von der Größe her. Ja, das kann gut sein. Aber, wie gesagt, ein Top-Fernseher. Kostet auch nur einmalig 29 Euro. Ja, kann man sowas ohne Fachkraft installieren? Oder muss da der Techniker kommen? Da können Sie, ähm... Da müssten Sie Freunde fragen, oder... Da müssen Sie einen Techniker fragen. Aber müsste eigentlich klarkommen. Also, es ist nicht schwer aufzubauen. Ja, das... Fernseher muss... Das ist ja kein Lego. Den muss man ja nicht zusammenbauen. Aber ich meine so mit... Weil da sind ja diese ganzen Steckverbindungen. Kann man das als Laie, sag ich mal, lösen? Diese Problematik. Ja, genau. Das kann man einfach lösen. Gut, ich glaube, ich habe jetzt hier das... Ah, nein, das ist die Krankenkasse. Entschuldigung. Jetzt muss ich da nochmal hinlaufen. Ich habe von meinem Enkel so ein schnurloses Telefon bekommen. Der kümmert sich da immer sehr liebevoll um alles. Ja, ist doch gut. Ja, finde ich auch. Wie lange müssen Sie denn arbeiten? Das ist ja schon spät. Alles gut, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wie lange... Oder müssen Sie denn? Noch eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Ja, dann werde ich mich ja mal besser beeilen. Nicht, dass Sie da Probleme bekommen. Was ist das denn? Alles gut. Das von Sportverein. Da bin ich seit zehn Jahren nicht mehr Mitglied. Das könnte ich eigentlich mal wegschmeißen. Staatsanwaltschaft. Oh nein. Ich habe schon wieder so einen Brief von der GEZ heute bekommen. Und? Was ist dabei rausgekommen? Naja, ich habe den ja im Prinzip schon mehrfach mitgeteilt. Die wollen... Die wollen Geld von... Von Rudy aus Buddeln haben. Das ist mein Hund gewesen. Und ich habe denen jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass das ist mein Hund. Wie kommen die auf die Adresse von meinem Hund und auf den Namen? Und dass sie da Geld von dem haben wollen. Und dann habe ich da vorhin angerufen. Und die hat immer aufgelegt, die Frau. Das ist komisch. Ja, weil die wollen ja im Prinzip ja das Geld von mir haben. Aber der Hund ist tot. Der kann kein Fernsehen mehr gucken. Eben. Und der ist ja sonst auch, glaube ich, nicht beitragspflichtig gewesen. Ist das denn bei Ihrem Fernseher, ist da so eine Befreiung mit dabei? Nee. Oder muss man dafür auch bezahlen? Nee, Quatsch. Wie bitte? Nee, da müssen Sie nicht dazu bezahlen. Das ist gut. Das ist sehr... Was gäbe es denn außer ein Fernseher noch? Nur mal so rein aus Interesse. Das hätten wir einmal eine Waschmaschine. Wir hätten noch ein Kaffee-Automat für eine einmalige Zuzahlung von 1 Euro. Dann hätten wir noch ein Samsung-Tablet oder ein iPad. Das sind diese flachen Dinger, was die jungen Leute immer haben. Nicht wahr? Ich glaube, das würde ich nur kaputt machen. Das ist nichts für mich. Ja. Da habe ich ja total den Anschluss verloren. Sag ich ja damals so. Ich habe mit diesen Technik-Sachen, da habe ich den Anschluss verloren. Achso ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe damals ja mit so einem CB-Funkgerät, ich bin ja LKW-Fahrer gewesen, da bin ich immer sehr aktiv gewesen. Aber da erreicht man ja heute auch keinen mehr, außer in Ostblock. Und die verstehen ja die Sprache nicht. Das stimmt, das stimmt. Also ich habe das jetzt hier, mit großer Sicherheit, zumindest steht Stadtwerke drauf. Soll ich Ihnen das vorlesen? Ja genau, ich bräuchte jetzt einmal die Kundennummer und die Zählernummer. Ja, das ist ja im Prinzip die Postbank, Saarbrücken. Wie bitte? Postbank. Ja. Und dann die IBAN. Ihre IBAN brauche ich auch, ja, einmal. Ja, und dann diese, die meinen jetzt die Kontonummer von Stadtwerken. Kontonummer von Stadtwerken, also Sie können mir Ihre IBAN auch geben. Die DORA-E-Mail-Nummer, die mit DE beginnt. DORA? So hieß meine Frau. Wie bitte? DORA hieß meine Frau. Achso, nee. Ich meinte jetzt die IBAN-Nummer, die mit DE beginnt. Die IBAN? Ja, genau. Ja, einen Moment, das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Da muss ich das... Die IBAN-Nummer brauche ich, die IBAN-Nummer brauche ich, um die einmalige 29 Euro abzubuchen für den Fernseher. Ja, ich habe jetzt ja das von Stadtwerken gesucht, das ist ja was ganz anderes. Da muss ich... Das von den Stadtwerken brauche ich aber auch. Ja, dann lasse ich das jetzt schon mal hier liegen und gehe dann nochmal mit Ihnen das andere suchen. Was wollte ich nochmal suchen? Die IBAN. Ja, genau. Vielleicht sollte ich mir das aufschreiben. So, dann wollen wir mal gucken. Ist es bei Ihnen auch so heiß heute? Ja, sehr schwül hier. Wo sitzen Sie denn? In Hamburg. In Hamburg. Also ist da nicht das Meer dabei? Wie bitte? Ist bei Hamburg nicht das Meer dabei? Nee, leider nicht. Das ist ja schade, sonst hätte man sich da ja abkühlen können. Hier in Schwarzwald ist da, da ist ja so ein Talkessel und wenn das da mal heiß drin ist, das kann ja nirgends hingehen. Ja, das stimmt. Das bleibt dann über Wochen lang so. Die haben ja schon versucht, das über Tunnel abzuleiten, aber das funktioniert nicht. Also die I-Bahn, ja? Genau. Opa, mit wem redest denn du da? Da ist ein junger Mann von Stadtwerken wegen Strom und kriegt sogar noch ein Fernseher. Was kriegst du? Ja, ich krieg schon ein Fernseher. Gib mir den mal. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, wer ist da? Was macht mein Opa denn gerade mit Ihnen? Ähm, der wechselt seinen Stromanbieter. Tut er das? Ja. Wie kommt das denn? Er hat bei uns an einer Umfrage teilgenommen. An einer Umfrage? Samsung Galaxy. Genau. Was soll er mit einem Samsung Galaxy eben? Hat er was von einem Fernseher erzählt? Ja, genau. Also wir haben hier mehrere Topprämien. Mit dem Samsung Galaxy hat er sich wahrscheinlich angemeldet, aber er meinte, er möchte einen Fernseher haben. Toll. Und was kostet der? 29 Euro. Und der Strom? Wollen Sie Ihrem Opa helfen? Ja. Dann, ähm, also er hat sie, glaube ich, die Zeiten rausgeholt. Ich bräuchte von seinem derzeitigen Stromanbieter die Kundennummer und die Zählernummer. Könnten Sie sie schnell raussuchen. Und wo ist da jetzt der Witz dran? Welcher Witz? Weiß ich nicht. Also das kennt man doch aus dem Internet. Ich warte jetzt eigentlich die ganze Zeit, dass da jemand April, April sagt. Achso, nee. Also wir haben das jetzt hier ausgerechnet. Die Opa würde bei uns 59,62 Euro sein, momentan seit der Jahr 68 Euro. Ich hab grad voll das Déjà-vu. Wissen Sie, was ein Déjà-vu ist? Ja, klar. Ja. Ich kenn, ich kenn Ihre Stimme, glaube ich, aus dem Internet. Kann das sein, dass Sie bei YouTube bei Callcenter-Fund zu hören sind, wie Sie Leuten versuchen, Stromverträge anzudrehen? Nee. Kennen Sie den Kanal? Nee, auch nicht. Müssen Sie mal gucken. Der nimmt so Callcenter-Gespräche auf und stellt das ins Internet. Und Ihre Stimme kommt mir da total bekannt vor. Achso, nee. Soll ich Ihnen das mal aufschreiben? Ja, könnt ihr mir aufschreiben. YouTube.com? Ja. Schrägstrich? Ja. Und dann Callcenter, wie das Callcenter, in dem Sie drinnen sitzen. Okay. Und dann Fun wie Spaß, in einem Wort geschrieben. Daher kenn ich dich doch. Ich hab damals schon gesagt, oh, der hat voll die tolle Stimme. Okay. Kennst du den echt nicht? Der ist doch voll bekannt in der Branche. Den kenn ich leider nicht, nee. Der verarscht die ganzen Callcenter, die die Leute gar nicht anrufen dürfen, und stellt das dann ins Internet, damit andere Leute das auch wissen. Achso, nee. Das will ich nicht. Na doch. Machst du doch, machst du auch gerade einen kalten Anruf bei meinem Opa und versuchst dem einen Stromvertrag anzudrehen und ihm irgendein Gerät zu verkaufen, das er gar nicht braucht? Nee, Quatsch. Warum soll ich so was machen? Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ich kenn dich doch von Callcenter-Fan. Da hattest du einen anderen Namen. Wie hieß ich denn da? Weiß ich nicht. Ich guck mir jede Folge an. Einen Moment, ich geb' mir mal meinen Kollegen. Ja. Hier will mich jemand komplett verarschen, oder? Okay, gut. Ist der Opa nochmal zu sprechen? Ja, warum denn? Ich will den fragen, ob er jetzt einen Vertrag machen will oder nicht. Wenn nicht, dann muss ich leider auflegen. Ja, warte mal. Opa, der möchte nochmal mit dir sprechen. Frag ihn mal, ob er Callcenter-Fan kennt. Was soll ich machen? Egal. Hallo? Hallo, ja. Ja, sind Sie zum Ergebnis gekommen? Ja, ich bräuchte jetzt Ihre Kundennummer und die Zählernummer von dem derzeitigen Energieversorger. Also von Stadtwerken. Genau. Ja, das ist ja im Prinzip... Also, haben Sie was zu schreiben? Ja. Das ist 1930. Welche denn? Das ist die Kundennummer, oder was ist das? Ja, 1930. Also, mit 1 geht das los. Ja. Frag ihn mal, ob er den kennt. Was soll ich denn machen? Kennst du wirklich nicht Callcenter-Fan? Ich glaub dir das nicht. Du bist das doch. Ich kenn deine Stimme. Okay. Also, wie gesagt, ich muss jetzt den Vertrag machen. Wenn er das jetzt machen will, dann machen wir das jetzt. Wenn nicht, dann geht das eigentlich. Dann muss ich jetzt auflegen. Ich mag deine Stimme voll. Kann ich deine Handynummer haben? Ich glaub, jetzt hat er aufgelegt. Und dieses Video heißt, das gab's doch schon bei Callcenter-Fan. Im Anspielung auf die gleichnamige South Park-Folge. Das gab's doch schon bei den Simpsons.